So, Moin aus Enthorn. Heute erkläre ich euch, wie man einen Aufkleber, der auf Übertragungsfolie geliefert wird, ablöst und da nichts kaputt machen kann. Wenn die Länge herumliegen, ist es durchaus möglich, dass sie sich nicht mehr einfach so ablösen lassen, dass die Folie hier einfach so, ich simuliere das mal, hier so auf dem Papier bleibt. Da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Entweder anreiben und weiterziehen, dann geht das auch ab oder als Beispiel, ich simuliere das jetzt noch mal hier an der Stelle. Wenn das nicht durch anreiben geht, kann man auch mit dem Cutter vorsichtig anheben und dann kann man auch langsam weiterziehen und der Aufkleber geht dann auch mit. Dann wieder rauflegen, sauber anreiben und dann kann man das einfach so abziehen und dann da anbringen, wo man es gerne möchte. Also viel Spaß beim Aufkleben. Bis zum nächsten Mal, euer Ray.